Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nils Blaze. Neue Episode, neues Zimmer, neuer Anfang, neue Ära, alles neu. Ich hoffe, ich verkorkst die Aufnahme nicht wie ein Neuling, das wäre ziemlich peinlich. Ich habe ein neues Spiel hier, Überraschung, und zwar heißt es Autopsy, The Seventh Cops. Und wer lesen kann, ist klar im Vorteil, und ja, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe gehört, es soll gut sein, ich probiere es einfach mal aus. Neues Spiel! War doch nicht. Okay, wartet. Versuch Nummer zwei. Okay, continue, continue, okay. Neue Spiel! Ah, haha, es läuft. Ein Moment. Contribute to the terror atmosphere and play with headphones. Already in. Where are we going to die? My name is Richard. My last name, not matter. I'm medical examiner. For more than seven years, I work for a company of scientists and archaeologists. We recently received orders to investigate an ancient ruins east of Turkey's Anatolia. Grammatik habe ich nie gelernt. Deswegen benutze ich Einzahl und Mehrzahl für dasselbe Objekt, aber das macht nichts. Ich bin immer ein Arzt. We were a team of over 30 people, including miners, archaeologists, scientists and researchers. Our mission was simple. To investigate these ruins and unknown creatures that inhabit. That's creatures that lie strangers never seen before. Oh, so they say. Ich habe noch nie so ein Englisch gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob es komplett richtig ist. To achieve our purpose, We built for two years a large underground complex. Möglicherweise ist er Inder oder sowas. That way, we can explore and experiment with creatures and labs. Nichts gegen Inder. Das war das erste, was mir einfiel. I had to examine the bodies that we were finding. One day, something happened. I was practicing an autopsy when a strange creature suddenly the power went out. What? What? I was practicing an autopsy when a strange creature suddenly the power went out. Hat die Kreatur das Licht ausgemacht? Was ist mit dieser Kreatur? Ist der Satz fertig? Naja. And then I heard a loud bang. The gates, the mark were sealed. Everything happened so fast that I cannot remember which was that what happened exactly. Okay. Klingt komisch. Ich mach normal weiter. I just wake up in a different place. Very cold. And while I write this letter as I try to remember everything. Just an idea has my mind. Never use Google Google translate again to translate my games. The seventh course. That's a key to everything. Something tells me that before that the accident happened had managed to solve a mystery. Okay, wenn er auch nur halbwegs indisch aussieht, dann probier ich's noch mal mit indisch. The key to the origin of the creatures I discovered. I must gather all blood types of all the bodies I find. Only then I will give the location of the seventh copse. It seems absurd, but I have never ceased to follow my instincts. If I can't find them soon, all my questions will go to hell and I will have disappointed everyone. Das ist traurig. Wir sollten für ihn den siebten Körper finden. Die siebte Leiche. Steven, 202 games. Christian Andrej Romacki und Francesco Sanchez. War das richtig? Das war zu schnell dick. Dunkle Höhen und ziemlich leere Kellerräume. Pretty much one-man-project. Aber nicht ganz. With RPG Maker XP. Hm, klinische Badezimmer. Oder Autopsieräume? Ich bin mir nicht sicher. Und lange tickende Uhren. das war wahrscheinlich ziemlich genau das Spiel. Okay, und wir sind wieder im Startmenü. Das hat lange gedauert. Von vorne an und müssen nochmal den Vorspann sehen. Oh, ist passiert was. Ah, wer hat die Stromrechnung nicht bezahlt? Ja, war das eine Antwort? Okay. Okay, jemand hatte ziemlich heilenden Boden und ich habe ein Nachthemd an. Was ist passiert auf der Weihnachtsfeier gestern Abend? Cooling System, Camera, turn off. Locked System, okay. There must be some way to turn off the system, the refrigerator, or perhaps only possible do it from outside. A fridge, nothing more. What is this? Okay. Fridge, nothing more. Who is he? Frost Pockets. He's probably dead and I can take everything he has. I found a photo. Let's see. Put old runes talky am 20. 5. 2004. Das ist ne Weile her. Hab ich so lange geschlafen? Die Weihnachtsfeier war doch erst gestern, oder? Who is this guy and why he has this photo? the cooling system stopped working. Ah, perfekt! Es hat aufgehört, ohne dass ich was getan hab. Ich kann extrem schlecht sehen. Und fowl smelling pork. It's a note, let's see. Read it. You must find the seventh corpse. Time is running! Okay, okay, okay. Ah, a fridge, nothing more. That's nothing. That's a wall. Where might be the seventh corpse? This was a door and I have a face and a heart now. Okay. Tutorials. Lamps. You can turn on lamps. Environmental lightning. Tutorials. Torches. If you have a torch, you can turn on the vat or on the wall. Lamps. Just get close to the wall and press enter. Turn on. Yes. Oh, viel besser. Jetzt sehe ich auch was. Also, auf meinem Bildschirm ist nämlich auch Stockfensteres Spiel. Okay. Hier hat ganz offensichtlich jemand schon wieder mal Dreck gemacht. Wer hat Flurdienst diese Woche? Steve? Steve, du sollst hier sauber machen. Steve, immer lässt er sein Zeug hier rumliegen. A torch. At turn Inventory. Tutorials torch. Turn on off with pressing V. It will help to lighting and to reduce entity. Okay. Jups, ich schaue mir an, was in der Garderobe ist, aber da ist nichts Besonderes. Auch hier ist nichts Besonderes. Auch hier ist nichts Besonderes. Kein Wunder, Steve hat das ganze Zeug auf dem Boden verteilt. Zusammen mit einem Haufen Blut. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Ich habe ziemlich viel getrunken auf der Weihnachtsfeier. Okay, aber hier, das scheint alles nicht von Interesse zu sein. Was ist das für ein Raum? Oh Mann. Dieses zerfetzte Nachthemd, was ich trage und was ich als Laborkittel durchgehen lasse, sollte ich echt ablegen. Das ist beim Wegrennen garantiert unpraktisch. Aber bisher ist ja nichts Gefährliches passiert. You found an Exascard Laboratory. Ich habe ein Naja, egal. I can't go. I have not yet Objects needed to start my search. Okay, ich vermute, ich will mir selbst damit sagen, dass ich noch Objekte brauche. Dass da eine Tür war, hätte ich im Leben nicht gesehen. Ah, Safe Game. An Computers oder alten Steinen. Pretty much the same thing. Safe. To make survival and tools objects. Anvil is found in almost all points where the game is saved. It will serve you to make survival and tool objects. Okay. Tutorials save objects. You can also store... Okay, ganz viel tutorial. I will save the game. Thanks. Fridge open. Only one bottle of water. What a waste of space. machen wir den Kühlschrank ganz leer um Strom zu verschwenden statt Platz. Ich hätte lesen sollen. You can fill the bottle in the sink, sewers, or other sources in of the environment. Tiredness and running. If you get dehydrated, you cannot run at all. Begin to walk more slowly. Ich kann rennen, wenn ich will. Water bottle. Drink water. A key. Number thirst. D key. D. Oh. 0 von 5. Okay. Ich bin scheinbar noch nicht so durstig, aber ich hatte auch eine ganze Menge. Gut. Dann schauen wir uns doch mal weiter um. Das ist stockfinster. Wenn ich hier eine Lampe finde, sollte ich sie anmachen. Da unten ist eine. Die könnte funktionieren. Oh. Sie geht von alleine an. Fuck. Fuck. Was zum... Ich hab irgendwie... What is happening to me? What are these visions so strange? Vielleicht kommt er auch nicht aus Indien, sondern aus dem Mittelalter. What are these visions so strange? What work of hell is this? I can't leave without a folder to store important papers. Natürlich nicht. Wie konnte ich das vergessen? Es gibt nichts Wichtiges als seine Unterlagen gut ablegen zu können. Tutorials. Doors. Some interior doors can open or close with enter key. Just stand in front and press enter key. You can also making padlocks to lock doors and avoid the creatures. Now try open and close this door to practice. Ich muss wirklich viel getrunken haben, wenn ich mir eine Erinnerung rufen muss, wie ich Türen öffne und schließe. Oh, ich kann sie nicht schließen. Ah, doch. Kann ich. Alles klar. Das war einfach. Tutorial. Push and pull objects. Danke. Komm. Ja, ich weiß, wie das geht. Ich muss nicht jeden Scheiß lernen. Ich bin nicht schwer geistig behindert. Ich habe nur zu viel getrunken gestern Nacht und bin irgendwo aufgewacht, wo ich mich hätte einschlafen sollen. Also, Tinder. Tinder. Will be useful to light the torch. I will take it. Let this open. Open it. Okay. I don't know what I've taken, but it must be important. I should read more. Okay, I can't go up there, I think, so I'll... I'll go over here. I'll go over here. Ja, get rum. Irgendwo muss es... an inhalator. Good. If you feel suffocated using inhaler from inventory, the inhaler will help you to overcome the crisis asthma or if you get anxious or if you get anxious and you... Yeah. You'll have to stand two minutes minimum before using it again. And the inhaler can be completely depleted disposals to find a new one. Exxonman wardrobe. Empty. Exxonman wardrobe. Empty. Thanks. Nothing important here. Okay. What is... What is this? Nothing. Okay. Ich denke, dann werde ich jetzt zurück zu diesem Speicher gehen und beim nächsten Mal hoffentlich dieses Tutorial überwinden um dann zu sehen, was eigentlich wirklich hier vor sich geht und wo zur Hölle dieser siebte Leichenkörper sich befindet. Wenn es euch gefallen hat, dieser kleine neue Start, dann favorisiert das Video. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann abonniert mich doch einfach und falls ihr mir was zu sagen habt, schreibt es da unten in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Mal.